ja ich fahr voll gegen die wand so sehr schlau ist gecleared ich komme rüber die terrenkala sind bombastisch oder ist bombastisch oder das ist schon aber jetzt bitte war noch mal war nur sag mal an der rüben nach das triumpf los wir fahren einfach hier weiter digga ich will wir machen jetzt die base und danach können wir ram analytics angreifen ich könnte ganz geschwind drüber nein kann ich nicht aber wir könnten auch mal antwaris bräuchte uns ganz 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 kurz muss nur vier kreis machen ja doch das verstehen jetzt mal ganz kurz nicht in squatting rein black tiger haben wir eigentlich neue mitglieder so wissen muss was haben wir neue mitglieder bei oder wo man so wissen sollte er ist ein futur ja ich schon fast gründungsmitglied ne bist du nicht fast ja doch oder gründung nein doch ist du nicht nein doch oder schon nein ja zwischendurch alle waren wir zwischendurch mal nicht mehr dabei ah scheiße ganz kurz wandern mega diesen einen back mit der grund aus das ist dann der grunde ja wir sind kein gründer selbst sagen kein gründungsmitglied mehr musste ja auch austreten ich glaube der ist nicht was da kann es ja gar nicht abschließen aha da ist ein lappen man kann die grundschlüsse nicht abschließen aber das wird mich jetzt aber richtig bedrücken ich glaube wir brauchen tanks ich glaube ich nehme einfach einen fuck fuck erlebt ja immer noch der spaß ja anwesend aufstehen abdäne ich geschafft ein lightning ab ein drecksack lebt da genau und ich kriege nicht tot das ist eine wo uns da fickt wenn antwari du lässt dich von einer einzelnen personen so ficken drei mal jetzt schon dass einer mit weißt jetzt nicht gerade auf deine schildes hin aber der ist schon wieder tot da oben rennt ein spion aber der ist wahrscheinlich wieder ohne maske juhu eingetötet oder noch plan findet ihr auf jeden fall ja aber die sind beide ohne maske logischerweise der zwischen gewesen ja und der andere schießen doch von hinten weil er die max schießen will und die max nein es ist halt wirklich weißt du um bei mir deckung zu nehmen weil der spion soll durch die kugeln abfangen alter der claus kreisi alter der film ist krass ich höre zwar nur die hälfte aber die hälfte ist schon geil ok 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 nein wie viel schuss brauche ich mir blitzungen harry wegzumachen ein paar magazine oder kommen ja alle ein bisschen sonder an der haben hat er jetzt mal einen c4 gesprengt jetzt habe ich kein c4 mehr ne natürlich nicht ok jetzt nur so viele rockets ich fahr voll gegen die wand ist geklärt ich komme rüber einen habe ich gekillt wenigstens nirgendwo komm schon sag's mir sag's mir wo kommen die alle und das ist ein parlor der fast down ist mich zu denen war und ist da also ich will den film angucken das ist bestimmt geil jetzt kommt irgendwas gruselig ist gleich und ich höre es nicht Junge du spielst grad ja ich weiß aber der film ist auch cool da ist ein klau wo amok läuft hab wieder einen was hast du wieder einen mit maske ach so wie viele fehlen noch jetzt noch 10 mir fehlen noch 10 kürbisse nö die kürbisse sind ja geschenkt wenn du mir hilfst es abzuschließen dann helfe ich dir die kürbisse zu finden ja gut die kürbisse wäre ich geschenkt weil ich kenne die Farming-Booten kann man googeln auch schon weiß man sie auch nein die stehen nirgends die Spots von letztem Jahr gibt es aber die sind nicht mehr Alter hab ich hier zerschrocken und jetzt ist der Hund gefressen worden auch wie geil ist das denn was der Hund ist gefressen worden ja und jetzt steht ein riesen Typ hinter dem Typ Alter wenn Tiere im Film sterben dann ist das scheiße doch was für Tiere wäre jetzt so Monster Tiere dann nicht aber so Hunde oder Katzen und so ist ne scheiße auch wenn es der Terranischen Republik zugefallen was ein Wunder was ein Wunder nice und mein Fall ist auch down ah ja klar Kampffrank 66 jawohl ich bin aufgestiegen in einen Rang jetzt congratulations danke schön nein ich hab kein Leben ich brauchst du das nicht machen jetzt kann ich es machen was hast du du hast kein Leben das wissen wir ah fuck Futter helf mir mal wo bist du unter dir unter dir ist da einer ja ich guck da in dem Stein ich guck da ist tot da kommt einer übers Feld ich baller schon mal er ist weg so wir bekommen noch ein Sniper der hat sich grad gezahnt na Arschloch so wieder eine mehr und ich bin in Kampffrank 83 ich bin auch Level ich bin gerade leider kein oh Medic oh fuck alter Futter ich hab grad wieder einer erschossen und bin auch Level abgegangen Glückwunsch oh John Roberto holt mich grad jetzt haben sie mich gefunden aber ich hab drei Mann an diesem Sni gefahren das war gut das war echt gut WTF der eine davon was übernimmt das mach ich jetzt wieder mach ich wieder ich war wieder mit zum scheiß unsichtbaren Flash hinten zu dem Sanderer hin versteck mich unter dem Sanderer wenn sich jemand nicht bewegt dann nehmen wir Schießen weg Alter das ist so ne wiese Taktik aber es muss sein andersrums einfach nicht Alter du nehmst ja auch nicht aus und ist das ja egal natürlich mit mit Null hab hier alle kill dich naja ich könnte mal hier hüben Spurs spawnen bei Rhyme Analytics aua 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 b�� Das geht doch nicht. Ein Harry hat uns jetzt da weggefickt. Ja klar, ich stehe unsichtbar mitten auf so einer Fläche und mich schießt einfach ein Harris da weg. Zufall vielleicht. Er bleibt neben mir stehen und ballert mich. Nein, er hat mich aber direkt im ersten Schuss nur Treffer, vier Stück und ich war tot. Ja was? Mitten auf einer Eisfläche stand ich ohne mich zu bewegen da. Das ist geil, oder? Ja, die Frage ist ja, wo du dich bewegt hast. Ich gucke mal, warum ich mal lege, dass ich noch mal den Dreiwanus kriege. Ja, mach das. Ich fahre mal weiter darüber. Vielleicht schaffe ich es noch irgendwann. Zehn Kills müssen wir noch rückkriegen. Neun Kills. Mit Maske, mit einer Pistole, wo jeder Schuss ein Treffer sein muss. Ja, ist halt ein bisschen skillend. Du zockst es ja oft genug. Ja, natürlich ist es skillend. Ich zock ja auch das Spiel, um diesen Skill zu beweisen. Darum will ich ja diesen Titel haben. Und ich beweise diesen Skill auch eindeutig, weil sonst wäre ich nicht schon so. Aber ganz gut.